Das Kinderbuch, das ich euch heute vorstelle, ist ein ganz besonderes Kinderbuch, denn dieses Buch gibt es beim Verlag nicht mehr. Und wir freuen uns sehr, dass wir davon noch einige Exemplare haben, denn es ist ein ganz außergewöhnlich illustriertes Buch. Der kleine Ritter, der die Ungeheuer zähmte. Die Geschichte ist schnell erzählt, denn es geht um den kleinen Ritter, der eines Tages von seinem Schloss geholt wird, um Ungeheuer zu zähmen. Der kleine Ritter hat nur ein Problem. Er ist ein sehr friedliebender kleiner Ritter und Streit mag er gar nicht. Und so zähmt er die vermeintlichen Ungeheuer auf ganz verrückte und friedliche Weise. Und was das Besondere an diesem Kinderbuch ist, es wird also nicht nur die Geschichte vom kleinen Ritter und den Ungeheuern erzählt, sondern man kann auf jedem großen Bild des Buches noch kleine Einzelheiten erkennen. Zum Beispiel ein Spinnennetz, das aussieht wie ein Schokoladenkuchen oder drei Mäuse, die im Bett schlafen. Und dann beginnt das, was beim Lesen mit Kindern so viel Spaß macht. Denn Kinder und Erwachsene suchen diese kleinen Mäuse. Oder ein Glas mit frischem Wasser oder Plastikblumen, die niemals Wasser brauchen. Und so geht es im ganzen Buch. Auf jeder Seite kann man etwas Neues entdecken. Die Illustrationen, wunderschön gemalt, erschienen im Carlsen Verlag.